Ich versteh halt nicht, weißt du, hier hast du, das geht schon so lange und die Fahrrinne ist halt so schön gestaltet, warum ist zum Beispiel das Rafting in Energylandia einfach so dermaßen hässlich? Ja, das ist eine der richtigste Frage. Der hat selbst seine Prioritäten halt woanders. Wiiiii, hallo! Ha, ha! Okay. Oh no, es wird nicht treffend. Aber gegendlich darf man nicht. So unterrichtest du überhaupt? Ach du Scheiße! Alles easy! Gar keine Gefahr! Okay. 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 Ja. Ja ... Ja ... Genau ... Du hast es heute aber, Markus, gell? Ja, perfekt! Ach, so go! No, das so … Ja, okay Hier ist noch ein bisschen Nebel. Ja, ist gerade auch in meinem Kopf. War da nicht mal so Wassernebel? Muss aktiviert werden. Soll ich schon sagen, da war doch mal was. So eine Rafting-Fahrt mag ich. Perfekt. Wenn Rafting immer so wäre, dann würde ich das nur noch fahren. Rafting geht immer. Ich freue mich auch schon echt auf das Rafting im Dorney Park. Oh, das soll krank sein. Weil da ja einfach in dem Umfang Wasserfälle sind, die einfach ins Boot gehen. Ja! 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 Ja!